Oh nein, oh nein, bitte hat er mich nicht gesehen. Finn, was machst du denn hier? Guten Morgen, sag doch was, wie geht's dir an dem schönen Tag heute? Mir geht's super, und dir? Ich bin heute so gut aus dem Bett gekommen, das glaubst du gar nicht, sieben, ich bin acht Stunden hab ich geschlafen und jetzt sehe ich dich, ich bin einfach gut drauf, ich find's toll. Super. Hörst du Musik? Kannst du mir auch einen geben, dann hören wir zusammen, das wäre voll cool, oder?